so jetzt aber nebescheu attacke ist immer so knapp ja jura wenn wir nicht am anfang wieder sterben und zehnmal ja ja wir haben ja nicht mal zeit zum looten willkommen zwei drei titel an da rein bei den tennis und gut erdwändigen schmutz einer ist hier bei mir direkt Ich hab auch einen starken Ich hab auch einen Andere ist Wenig Ich hol den Hier sind Steps Ich hol den Der hat mich ja Ich hab einen Da gehts jetzt grad ab Habt ihr den? Einer wird bei euch kommen jetzt Gute ist den rot Der ist nach Fenster Hab den Ich brauch seine Munition Ich brauch Pumpe Ich brauch Pumpe Schnell, dropp mal ein bisschen Pumpkamp-Munition bitte Andere ist dropp mal schnell Pumpkamp bitte Wo ich hab sogar einen Alles gut, nur ein bisschen Stark Geh mal richtigen dem Denno Oh, Steps hier Der ist auf dem Dach oben Der schießt schon auf mich Der hat mich geholt, genau der war das Habt ihr einen Hit gegeben? Der ist one shot Der ist wirklich one shot Den hab ich zwei mal 80er reingedrückt Der ist in dem Bunker drinnen Der ist unten im Keller Ok, ich hol mal die Karte Ich versuch den Dreh zu rebooten Ja Hielt euch mal Ich hab gerade einen gefinished Der ist mein Kind Jetzt hast du ihn, oder? Oder? Ne Ich hab noch Sprudel Stark Oh, ich hab seine Karte Oh, ich hab seine Karte Hier ist klar bei der Zwei, drei, vier Leute Oha, ja Reboot ihn jetzt Oder geht es nicht? Zwei Teams Zwei Teams sagst du? Auf jeden Fall am Fall Auf jeden Fall am Fall Auf jeden Fall am Fall Jo Ich zieh jetzt mal durch Ich versuch den zu rebooten hier Falls er zum Reboot kommt Bitte Bescheid sagen Jo, ich hab einen Stark Richtig Richtig Das sind aber mehrere, viele sind hier Stark, ich hab's sogar geschafft Danke Okay Ich hab hier ein paar Wir starten, meine Jungs Meine Breeze Aber woher Habt ihr die? Ja, ne? Mhm Stark Richtig Sniper, ne? Die müssten hier irgendwo noch welche sein, oder? Hammerfunk Hammerfunk episch Ich glaub das ist von alle Vielleicht Okay Dann kunst du dich mal Boah, geil Luftbending, Alter, endlich Ich hab auch Wasserbending und Luftbending Ich hab ne Sniper Mit nem geilen Visier drauf Okay, jetzt gehts los Jungs Ja, ich loote mal ein bisschen Ich brauch auch noch Luft Ähm, dennoch Du kannst hier zum Dings Tank gehen Du kannst dich fuhr machen Weißt du nichts findest Ist auch noch Fässer Halt Wasserbending wäre noch wichtig Oh, Schüsse Ja, bei mir Oh, ich seh den Hast du den? Ja, ne? Hab ihn Stark Ich hab den Sturmgewehr mit komischem Visier Schmutz Ich mach mal kurz die Zonefeuerschau Da ist noch Ich hab nur 20 Schuss Oh Hier irgendwo sind Schüsse Hier drüben sind Schüsse irgendwo Oh, im Fencing Fencing echter Gegner Der haut ab mit dem Fahrzeug Die fighten auf jeden Fall dort Könnten wir abfangen Das ist noch mit der Leungenträger Jaja, aber das sind echte Teams hier Ganzes Team mit Luftbending und so Also macht euch schonmal bereit hier Hier oben, Gegner Jo, stark Richtig Ich lock die jetzt her Geht ihr halt nicht? Doch, ich seh einen Ja, aber ich brauch Luft Stark Hier ist einer Natürlich Wir haben den geholt Oh, hinter uns Hinter uns Hinter uns Ja Schön Jawohl Ach, Schmutz Hat wer vielleicht Sturmgeber-Munition ein bisschen? Ja Ich bin auf Zero Ich bin auf Zero Alles gut, hab schon 120 reicht Auf die Nuss Hier Schon voll Das kannst du wieder zurücknehmen Was zurücknehmen? Die was Dennis getroppt hat Nein Hier, die sind hier Mit Luftbending Jo, stark Dieser Korra-Skin ist alleine vorne Dieser Korra-Skin ist alleine vorne Jo, einer ist nicht zurück Jo, die trifft aber ziemlich gut Ja, die fangen ja im Sniper Boah, ey Der hat mir auch einen 50er rein Müssen näher ran Wir fangen die ab Ja Oder lass mal Richtung Zone gehen T1 Hier Lass uns zu den Dings gehen Vom Bunker, oder? Ja Können wir machen Parkiert mal wo? Äh, in der Richtung hier Einer ist hier vor uns Alles ist vor uns Jo, 24 wieder Nochmal, nochmal Wo? Boah, Digga Der trifft wirklich gut Joa Einer ist hier Ja, die hauen ab No, Vorsicht Bei dir ist einer Da drüben Ja, ich geh mal ein bisschen weiter weg Ja, ich geh mal ein bisschen weiter weg Wer noch drückt? Fuck Ja, einer schießt auf mich Mhm Hier ist einer Einer Hallo, guck mal den Kreis auf der Karte. Haben die alle Medaillons oder was? Ich glaube das sind zwei Teams. Wie gesagt, die werden bekämpft. Ja, die werden von uns bekämpft und rechts. Deswegen. Wir könnten die schön ein bisschen pressen. Oder wir gehen in die nächste. Ja, die nächste Zone. Ich geh in die nächste Zone, Jungs. Ja, ich bin auch schon da. Erstmal irgendwo. Kann der vielleicht Sniper moontroppen? Boah, der trifft aber aus. Jo, einer Headshot. Der hier, vielleicht könnt ihr ihn finishen. Jo, ich hab auch keinen gefinisht. Einer ist hier unter uns. Unter uns zwei Leute. Zwei Kovaskins. Jo, der hat mich gehintet. Dennis, der hier hat ne Sniper. Ja, die will ich haben. Der rebootet seinen Kollegen. Die hauen ab. Also sein Kollege war hier irgendwo, ne? Ja, die haben den rebootet. Andreas, hast du Sniper moont? Moment. Ja, direkt. Das ist nochmal aufbändigen. Stark, 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 stark. Alles gut, Dankeschön. Ey, Zone, Jungs. Ich geh hier rauf zum Denner. Der hat schön highbrot. Sind bei mir? Ja. Jawohl, den haben wir. Stark. Hier ist noch einer. Stark, richtig und richtig. Vorsicht, Jungs. Einer kommt hier mit Luftbändigen. Jo. Einer ist hier mit Luftbändigen. Direkt und sonst, der noch. Stark, stark. Hab den. Hier kommt noch welche. Zwei Leute. Einer ist weg. Stark. Hier, der hat nen Hit bekommen. Den müsst ihr pushen. Jo, der haut ab. Der ist one shot. Ich bin teuer. Jo. Ne, ist nur einer. Jo, einer. Ja. Riecht mal den kleinen Mixer ab, Alter. Wo ist denn der? Der ist auf jeden Fall low. Der will die Karte bestimmt holen hier. Ja, ja. Boah, Schmutz. Muss nachladen. Ja, Alter. Dein Mate ist links von dir. Vorsicht. Der haut auch ab. Der ist auch lauf. Ja, der hat von mir Sniper-Shoot bekommen. Jo, der ist von mir hier. Der auf dem Dach hat auch 116 abbekommen. Ich hab einen. Stark, Dennis. Habt ihr alle? Jo, ich hab auch einen. Stark, Jungs. Keine Runde. Jo, das waren alle. Also, ich will noch einmal Wasser bändigen hier können. Hier, hier. Hier, hier. Stark, Dankeschön. Luft bändigen auch, alles. Jo, ich hab alles. Geile Scheiße. Was soll ich? Ey, ich hab so viele gehittert, Alter. Und kein Kill, Jungs. Ich brauche Heilung. Probierst du? Ey, ich brauche auch Heilung. Dankeschön. Hat der einen Sprudel oder so? Ne. Ey, ich seh eins. Braucht wer Heal? Ja, ich brauche einen Beagle, halt. Ich auch. Ey, ich hab 20 nur leider beim Sprudel. Egal oder so. Kommt mal alle her. Wer Lieben braucht. Dennis. Kommt. Kommt. Alle her. 3, 2, 1. Das ist nur 20. Boah, Blue Life, Jungs. Oh, hier wären noch Minis gewesen. Fuck. Ja, scheiß drauf. Insel wurde eingenommen, auf der Insel sind Leute. Mhm. Hier ist noch Luft, Benning. Wasser, Benning, boy. Leider nix mehr. Schade. Wohin geht's? I don't know. Ey, Schmutz. Ich geh mal hier rauf. Jo, die sind auf der Insel, ne? Die Medaillen durch. Jawohl, hier eh. Ja. Mal gucken, die von der Insel sind. Wohin wollt ihr? Leila, auf der Insel. Oh, die schießen schon. Ja. Jo. Vom Dach. Ich würde an der Insel nicht anlegen, da. Hm. Ja, okay, dann. Einen hab ich fast getroffen. Hier sind auch welche. Blue Club. Also, die pushen, glaub ich, oder? Ah, ne, die sind auf der Insel. Oh. Bei mir. Bei dir. Ja, komm, holen wir die schnell. Ich hab ihnen das. Der ist geplatzt, war? Ja. Das geplatzt gleich auf. Du. Stark. Hinter mir ein Auto. Gelassen. Ja. Lass mal irgendwo auf High Ground. Im Bunker sind die, glaub ich, vor dem Bunker oder hinterm Bunker sind die. Irgendwann stehst du da. Ja. Schüsse an der Hut. Hier, ich seh die. Die sind echte. Einen Knock. Einen Knock. Einen Knock. Oder doch nicht. Zweiter Knock. Stark, meine Brace. Jetzt können wir kurz mal healen. Blue Life technisch, wenn wir was gucken. Oh, Sniper, er wird verschossen. Wo? Ah, hier oben. Einen. Einen. Einfach runter. Ab ihn. Ab ihn. Ab ihn, ne? Stark. Und du, ich hab ihn. Blue Life findet... Blue Life, Blue Life, Blue Life. Wie ist sie, oder wahr? Kein einzig. Hier ist ein Biggie. Stark. Die sind zwei Biggies. Wasserbindigungen hier oben. Stark, Gegner, komm. Denno, stark, mein Bray. Du schießt auf mich. Denno gibt uns gerade dritten Deckung hier. Ich will mir Wasserbindigen. Ich lad mal kurz nach und danke, wir. Markiert mal genau, wo die sind. Hier. Okay, stark. Einen hab ich genockt. Einer noch, wo ist der andere, Alter? Wir sind da hinterher irgendwo. Ah, da unten. Ab ihn. Hier irgendwo ist aber noch einer, oder? Nee, der ist geplatzt. Ja. Okay. Ich brauch noch mal... noch mal einen Biggie, Alter. Letzter Team, jo. Oha. Vier gegen vier, wa? Mhm. Stark. Und da sind die Mittelungen-Träger, ne? Ja. Die sind die von der Insel. Hm. Also, lass mal hier irgendwo auf dem High Ground. Oder hier? Äh, ja. Ja. Schaut gut aus. Ja, so. Ja, eigentlich können wir die ja sehen, ne? Wo die sind. Ja, die sind. Die kommen aus der Richtung hier. Von der Insel. Ja. Also. Oh, Alter. Was für eine Runde. Dennis, Mann. Du musst alle vier holen. Ja, du hast neun Kills. So. Ja nicht. Keine Ahnung, wo das Winter war. Ich glaub im Bunker ist hier. Kann man sehen. Da ist hier. Ja, da unten. Ey, ich hab keinen Gehirn. Jetzt einmal 24. Nein, es bleibt auf uns. Jo, wird nämlich getroffen, jo. Alles gut, die müssen zu uns. Zeigt euch nicht zu viel. Hm. Die müssen sich Feuer zeigen. Alter. Juni. Wirklich. Völlig gut gekommen. Boah, der eine hat mich gehätet. Der im Bunker 116. Die müssen jetzt raus. Die kommen alle von rechts. Vorsicht, einer kommt hier mit Luft. Ach, ich hieß da den einfach. Ja. Wir machen zwei long. Jo. Markiert mal wo die sind, ich weiß nicht wo die sind. Ja. Der eine jagt mich. Der ist weg. Jo. Jo, hier oben. Ich bin hier. Ja genau, dennoch hier ist es gut. Du wohin. So, also die haben Respekt. Ich hab Steps bei mir. Jo, einer nur aber. Guck mal, dass du irgendwie zu uns kommst. Oder den raus lockst. Gott, ich kann mich heilen. Der hat dich schon, der, der sieht dich. Der, der hat einen Bot dabei. Mhm. Wo das markiert. Raus mit dem, mein Bray. Ja, ich seh den. Wer war denn da? 116er Hit, der ist Warshot. Ich auf ihn. Stark. Ich will den noch finischen. Aber der andere kommt. Ja, alles gut. Wo sind die anderen? Ah, hinter mir. Ja, ich seh den, die sind hier auf dem Berg. Wo wir vorher waren. Ja. Einer 116. Einer ist bei mir. Jo. Einer wäre auch. Wo genau? Boah, fuck alter. Der andere hat 116 bekommen. Der ist. Ja, wir müssen, wir dürfen denen jetzt keine Luft lassen. Ja, der Oma kommt. Jo, ich hab den 116er reingeducht. Jo, ich hab einen. Ich hab einen. Oh mein Gott. Stark, stark, stark. Dano, wie sieht's bei dir aus? Ja, der Hit am Stein. Ich hab einen erwischt. Ähm, ja. Einer ist da unten. Dano, das ist hier gut, wo du bist. Weil die müssen zu dir. Ich seh den. Komm, 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 komm. Der ist da unten. Stark. Sehr gut. Also. Ich seh einen noch. Der holt ihn. Ja, die verlieren jetzt. Hier ist einer. Ja, wir haben gewonnen. Safe auch noch. Der stimmt jetzt an der Zone. Glaube ich halt. Hey, die sind hier. Die hielen sich. Die sind hier. Der andere ist auch noch da. Hab den genockt, den anderen. Oh, den markier mal. Dir, der ist abgehauen. Irgendwo hier. Seht ihr, der eine kriegt hier. Die müsste kurz mal finishen. Stark meine Brace. Also einer ging, also ab in die Zone. Der muss zu uns, der ist in die Richtung gegangen. Boah, Digga. Starke Runde, ja. Ja, guck mal. 30 Kills, Alter. Boah, Digga. Stabil. So. Also. Boah, Digga. Der kommt bestimmt da, wo. Keine Ahnung. Der könnte jetzt wie Ball sein. Naja, der hielt sich jetzt mal. Ah, der weiß selber, der hat verloren, Alter. Ach, Schmutz, Dennis Zinkels. Ich seh den. Hier ist der. So gut. Hier, 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 hier. Rein in die Olga. Keine Luft lassen hier. Boah. Stabil. Scheiße, Alter. Boah, Digga. War gut. Schaut, dass keine Kronen dabei waren. Boah. Stabil. Stabil. Boah, Digga. Schaut, dass keine Kronen dabei waren. So. Bereit machen, oder wie? Ja, ich denke. Sieht jetzt bei dir aus, Dennis. Ja, ich mach noch eine. Komm. 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 Komm jetzt Back to Back, das wäre heftig. Ja, ja. Ey, Jungs, wir müssen den Rekord von 40 Kills über die Bühne nach. Ja. Das war schon mit dir, Dennis, ne? Ja.